Es ist schwierig, deswegen auch ein Bremsbilder-Catsch. Du hast heute ein Skull für dich, Oma! Let's go! So, Oma, man hört schon, Oma, wo war das, wie sonst lag? Schaut sich den ersten Kutsch an. Let's go, Oma! Hoch! Das war ein Toller. So, dann wird es gegen den Schlagmann gewertet. Und der Count ist nun 1-1. Es ist so ruhig auf der Wand, glaube ich. Let's go, Oma! Let's go, Oma! Ich hab keine Stimme mehr mehr. Ist ja lauter jetzt wieder. So, kommt dann Oma! Let's go, Oma! Komm, Oma! Alles denn weg hier? Komm, Oma! So, das ist ja nur ein Schuh. Komm, Oma! Komm, Oma! Aus der Luft.